Sieht vielversprechend aus. Nicht, dass ich irgendwas versprechen würde. Alles deutet in diese Richtung. Die Saurier sind auf jeden Fall nicht sonderlich subtil. Wo immer sie hingehen, hinterlassen sie Spuren. Da kenne ich noch jemanden. Dr. Malcolm? Denn der Kerl, da kann man wirklich von einem Ego sprechen. Hm, im Gegensatz zu... Ja, ein gewisser liebenswürdiger Tierverhaltensforscher mit ganz besonderer Bescheidenheit. Ich glaube, wir sind nah dran. Das sollten sie realistisch wie möglich machen. Nur dann hätte der Mann auch durch die Luft fliegen sollen. Sei einfach auf alles gefasst, okay? Okay. Okay. Überfall! Sei schnell, aber nicht zu schnell. Du löst den Jagdinstinkt aus. Bewegung! Los! Owen! Owen, alles in Ordnung? Was ist los? Bin grad beschäftigt! Sagen Sie mir, dass alles unter Kontrolle ist. Soll ich lügen? Ja, wenn es meine Nerven beruhigt, das ertrage ich nicht. Wir arbeiten daran. Wir haben einen Hubschrauber bereitstehen, der versuchen wird, das Tier aus der Luft zu betäuben. Versuchen? Versuchen? Wir brauchen einen Erfolg, Dr. Durr, ehe es Grady und die anderen frisst. Bitte sagen Sie das nicht. Sie glauben an das Team, nicht wahr? Wollen Sie, dass ich lüge? Owen, wie ist der Status? Wir sind nah dran. Wir haben fast alles unter Kontrolle, aber das Tier ist verletzt. Wir müssen sie zur Beobachtung und Behandlung in ein sicheres Gehege bringen. Ich informiere Dr. Durr. Ja, ich? Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Danke. 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 Ich bin die Regierung. oh Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich brauche eine paläomedizinische Anlage, um den Zustand des Sauriers zu beurteilen. Wir brauchen einen vollen medizinischen Scan. Ich will verstehen, was da schiefgelaufen ist, damit so etwas nicht noch einmal vorkommt. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich brauche die 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 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.